Oh, ich wurde wiederbelebt! Alter, was geht denn hier ab? Von dem Gegner, der messert sich jetzt wieder. Moment, von dem Gegner. Kann man eigentlich als Gegner die Gegner wiederbeleben? Nee. Nee, geht nicht. Haben wir schon ausprobiert. Schade. Tod leben, Tod leben, Tod leben! Wäre doch zu schön gewesen. Versuch wiederzubeleben, weil dann kriegen, dann werden die Gegner, den wird in einen Punkt abgezogen. Ah. Vergiss das nicht. Warum gucken mich meine Freunde eigentlich an, anstatt mal nach dem Gegner zu... Okay, C, C, das ist Charlie, ich bin down. Scheiße. All die gehen zu mir und klauen meine Raffe. Ah, fuck. Scheiße. Ey, das C-Team ist ziemlich gut. Das C-Team ist das Beste, denn darin bin ich. Nein, du bist im Delta-Team. Ja, sag ich ja, das D-Team. Du bist... Nein, das C-Team ist das Beste. Nee, ich sag dir ja, das D-Team ist das Beste, denn darin bin ich ironisch. Ach so. Der meint, du bist erotisch. Ja, glaub ich auch. Vorsicht, da ist ein Panzer. 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 Ich befriese dich. Ein Panzer, der verfolgt dich. Tag ein und Tag aus. Ein Panzer, der raubt dich raus. Wer hat so richtig krank behindert vorgerannt? Ich? Na, da dachte ich mir schon, ne. Ey, mit der MG kann man gar nichts machen, Junge. Ey, doch, man benutzt auch normalerweise ein Zweibein damit. Ja, hab ich ja, aber da muss ich immer ducken und dann noch zielen und all die Scheiße. Ich nehme jetzt wieder meine alte Waffe. Meine AK, die ist das. Dein ist ein Sniper, dein ist ein Sniper. Oh nicht, das auch nicht. Ich habe gerade mit einem Sniper einen Zweikampf ausgetragen. RPG vs. Sniper. Und ich halt, hey, im Gegensatz zu Battlefield Bad Company 2, hab ich gewonnen. Okay, wir sind fast in Führung. Wir müssen dieses behinderte Affenteam nähern. Ich will André in unserem Team. Ach, ich bin doch schon genug. André, we want you. I want you too. Ich bin mehr als genug, Janik, was willst du überhaupt? Nein, du bist ein negativer Punkt. Ich belebe euch wieder. Effende? Effende, echt, echt. Ja, scheiße. Diese Jimmy-Hobo-Spastin. Hey Ali, du bist so Ali, geh mal bitte raus und lass mal andere in meinem Team mehr. Würdest du das bitte tun? Nein. Warum nicht? Darum? Herabwerdung. Vielleicht hast du Glück und kommst ins Minder-Team. Ich brauche nur André. Ne, ich bin schon so gut genug. Ich helfe dir doch die ganze Zeit. Ich bin immer hinter... Da, ich hab dich... Ey, der arme Sniper, ne? Die ganze Zeit rennt er mir vor die Flinze. Ich bin der Beste und hab dich geschützt, hast du gesehen? Nein. Den hätte ich auch alleine gekriegt. Ne, hättest du nicht. Der wärst gestorben. Ich weiß nämlich, was eine Pistole ist. Wie heißt der Typ? Neemons. Neemons. Neemons da. 13-4. Ist aber ein ganz schön krasser Schütze. Aber vielleicht war ich auch markiert. Ich hasse das. Wer bürgt mich denn hier Ali, wenn du das bist, ne? Ali! Das ist immer diese Wand, ehrlich. Das ist nicht die Wand, das bist du. Wow! Ja Ali ist ne Wand, Sjanek. Weißt du das nicht? Genau das meinte ich damit. Der André versteht das. Ja. Vorsicht, der Panzer kommt zu uns. Nur wahre Brüder verstehen das. Wieso kann man sich eigentlich nicht bewegen, wenn man auf einem... Ja, okay, geil. Ehrlich, geil. Einfach nur geil. Ja, ne? Guck mal. Ich war auf einem Holz... Holzdingen, ne? So ein Holz... Stückchen. Und dann konnte ich mich nicht mehr bewegen. Warte, ich kann dich glaube ich jederbeleben. Das Spiel ist einfach nur derbe Scheiße. Ali! Ich wollte dich grad wiederbeleben. In dem Moment spawnst du rein und in dem Moment hab ich abgeschossen, ne? Du bist so ein nicht belebt... Ne Ali, du bist jetzt schon... Du warst jetzt schon verschissen bei mir. Ja Junge, was für spawnst du rein, Mann? Was für spawnst du rein? Was laberst du? Ja hör doch auf rein zu spawnen, dann kann ich dich wiederbeleben. Ich war doch nicht am spawnen. Ich hab da grad... Ja, eigentlich schon. Ich hab da grad meine Waffe geholt. Nein? Irgendwie schon? Ne, irgendwie nicht. Irgendwie schon? Alli! Ich... 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 Ey Leute! Ey Leute! Jetzt verlieren wir doch so knapp, ey. Ich hab gedacht so... Na, tamam! Ali geh raus, komm! Komm, du musst jetzt irgendwas essen oder so. Oh, ja Nick, ne? Halt mal einfach deinen Maul. Ja, was denn? Du bist einfach nur schlecht, ja Nick. Ohne die andere... Ali! 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 Ohne dich hätten wir gewonnen! Ohne mich wärst du voll schlecht! Nein! Ohne dich hätten wir gewonnen! Hätte ich anstatt dir den André drin gehabt, hätten wir gewonnen! Nee! Ich glaub das nicht, ey! Ah ja! So gefällt mir das, wenn die Leute über mich streiten! Hahaha! Ich glaub das nicht! Der Team war das schlechteste übrigens! Hallo! Du hast 15,7! Was willst du eigentlich? Ja genau! Dank André! Ich brauch aber den Sieg! Ich brauch noch 3 Siege! Wegen mir, Alter! Wegen mir sind's nur 19,7 gewesen! 15,7! Nur! Meine Güte! Meine Güte! Meine Güte! Okay! So jetzt aber! Wir alle 3! Außer Ali! Wir alle 3! Achso! 2! Ich glaub das nicht! Ja was war das Alter! Dann sind wir endlich mal alle in einen Squad! Und dann yeah! Und dann EA! Hi! Kennst du schon? Ich bin EA! Hi! Was geht? Was ist das für ein Knopf? Da steht Kicken! Klick mal da drauf! Hups! Habe ich gerade das Squad auseinander gesprengt! Ach egal! Ich bin EA! Ich darf das! Mhm! Genau! Fuck you! Sick you're wrong bitch! Yo man! Hahaha! Okay so! Hop, hop, hop! Jetzt aber! Sekrom ist einfach scheiße! So! Ich unterbreche immer die Aufnahme wegen der Lllllll Lounge-Zeit! Yeah! Okay! Wir haben's! Nimm ne andere Tarnung jetzt! Tarnung! Ich würde empfehlen! Wie kann ich eigentlich meine Tarnung ändern? Nee! Du hast aber keine andere Tarnung! Du brauchst das nicht Adi! So! Ich nehm Navi-Blau! Das sieht cool aus! Obwohl ich sehe aus wie ein Clown! Das sieht cool aus! Ich sehe aus wie ein Clown! Aber hier in Operation Metro sieht das besser aus! Ich nehm Wüstenkaki! Obwohl den da leuchtet man wie so'n Fisch! Stadtmuster! Das ist perfekt! Da leuchtet man wie so'n Fisch! Achso! Ich würde Stadtmuster nehmen! Hab ich auch! Ich hab Raketenwerfer für dieses Infanteriefahrzeug! So ich spawne bei Andre nicht bei Ali! So los geht's! Hier direkt bei uns ist einer gestorben! Oh nein! Ich glaub ich hab ne Dreischusswaffe! Echt? Scheiße! Ja Claudia, die von denen die wir gerade töten haben! Der hat ne Dauro 12! Okay, pass auf mit diesen ganzen Kisten! Pass auf mit diesen ganzen Kisten! Überall sind Spawnpunkte! Die können hier überall spawnen! Da hinten ist ein Gegner, ja Nick! Pass auf! Wo? Ja dann schieß nicht und sondern dann schlechst man sich erst ein bisschen an! Achso! Voll überall! Voll überall! Umkreist! Ihr seid umkreist! Haut ab! Ich hab einen, ich hab einen! Haut ab! Ihr seid umkreist! Lebst du noch? Ne ich bin tot! Ich überleb dich wieder! Ah Mist! Ich bin auch gestorben! Sehr nett! Warst du das? Ja das war ich! War richtig! Vorsicht Gegner! Vorsicht Gegner! Scheiß ich bin down! Versuch dich zu resten! Versuch's! Versuch's! Schnell! Wir sind alle dort! Von hinten! Von hinten! Das war aber knapp! Okay! Wir spawnen alle bei... Ne der kriecht auf dem Boden rum! Willst du mich verarschen? Ich mach zufälligen! Ich muss einmal... Janik! Wenn du stehst mitten auf dem Feld, kriechst du am Boden rum! Das ist doch voll taktisch! Das ist so taktisch wie ein Löwe auf dem Land! Was haben wir denn? Keine Ahnung... Was ist denn? Ja! Ich hab so... Lebe auf dem Land! Vorsicht! Hier ist ein Gegner! Hier hat gerade jemand gespawnt! Das darf ich gehören! Da ist er! Ja! Vorsicht hinter uns! Wow! Da hinten sind welche! Pass auf! Hab einen! Hab noch einen! Ich hab noch 5% Leben! Ich geh in Deckung! Ich komm zu dir! Ich komm zu dir! Schnell! 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 Ich brauch... Ich hab jetzt selber einen Medikit! Ich hab den gekriegt! Hilfe! Ich brauch Leben! Ich brauch Leben! Der liegt doch! Sicher den Panzer! Sicher den Panzer! Ich hab... Ich brauch Leben! Ich hab holographische Dinge bekommen! Jawoll! Ja! Benutzt das gleich! Scheiße! Benutzt das! Du musst das ausrüsten! Sichert den Panzer! Sichert den Panzer! Sichert den Panzer! Das wollen nur leider auch noch andere und ich hab jetzt das ganze... Warum ist der nicht gestorben? Ich hab das ganze Magazin in den reingeballert! Die sind im Panzer nicht gut! Nicht gut! Also so schwach hab ich die Waffe nicht in Erinnerung! Welche? Die Anfangswaffe! Ich spiel wieder mit der Anfangswaffe! Ne, die ist doch eigentlich ganz gut! Ja, eigentlich schon! Ich hab nur grad das ganze Magazin in den reingeballert, ohne dass was passiert ist! Hast du die Farmers? Hä? Bei mir steht Lolo Grafik! Lolo Grafik! Lolo Grafik! Hat der Spasti da... Hat der den Mörser? Ah! Jungs! 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 Ja, ich hab's bemerkt! Tot! Nein! Ich bin down! Einer belebt mich bitte wieder!